Wir sind mit uns auf dem Fußweg. Ich habe nicht so viel Anlauf. Das Gewurzelt mir auch unterfahren. Servus, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu einer neuen Folge, wo es heute einfach super warm ist. Und wir uns einfach denken, machen wir heute eine Tour zum See. Mit dem Bike. Wird bestimmt sehr cool. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach hinten wieder. Hier ist das gute Bike. Und hier ist meine Freundin. Bist du ready für heute? Oder führen wir nur die Fahrt auf dem Weg dahin. Und dann ein bisschen chillen am See angesagt. Also, ja, es ist warm. 24 Grad Leute. 24 Grad. Peace. Okay, jetzt haben wir die Kamera. Boah, Kinder. Süß. Wir fahren aber da. Nee, weil wir haben so viele Gefängnis. Cool, dass ich da auch einfach fährt. Ja. Ja, das ist ja nicht der Hauptstadt. Ja, das ist ja nicht der Hauptstadt. Ja, das ist ja nicht der Hauptstadt. Weil wir müssen jetzt zusammen sinksen. Dass wir herausfinden, wo lang. Oder am besten den Fahrradfahrer hinterher. Ja. 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 Kannst du machen. Ich fühl mich nicht eigentlich gefälscht. Ja. Aber warum hältst du die ganze Zeit hinten? Ja. 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 Also nicht so sitzen. Ja. 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 Du musst sagen, auf呀 so einen Reifen gehören. Das ist einfach nach der Autobahn. Ja. Das ist mein zweiter Gerader, oder? Ger? Das ist mein Name da. Ne, wo fahren denn die? Ah, da oben. Ah, I see. I see. Oder wenn ich auf der falschen Strecke. Ne, das auch. Hehehe, mach nach. Ist es guter? Ich glaube, wir sind die liebsten aus der Ebene. Ich glaube schon. Okay. Aber meins. Ja. Schande an, ne? Ja. Herrlich? Keine Ahnung, eigentlich. Wie ist es los? Stand bei 18 Kilometer. Cool. So cool derzeit. Gut, dass ich angefangen habe zu filmen. Ja, ja. Aber hier fängt ab. Ja. Hier müssen wir jetzt gleich hoch. Ja. 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 Guck mal, schön! Hä, Nani? Gäh? Ich bin noch nicht weiter als hier gefahren. Ich bin einmal bei meiner Teststrecke bis hier hinter. Dann bin ich zurück, weil ich gesagt habe, ich habe Angst. Nein, bin nicht nach Englisch Garten rein in die Stadt. Das war in der Innenstadt. Also es war nicht spektakulär. Ne, ich meine nur in die Richtung bin ich nur so weit gefahren wie jetzt hier. Weil ich halt sowohl alles noch beibehalten wollte. Aber es war nicht auf dem Tag. Genau da, wo es dieser Berg noch geht. Do you see that? Zu dem Berg da? Schauen wir mal. Na ja, das Problem ist nur die beiden. Ja, Starnbergkeller. Jetzt in der Autobahn hier. Ne, ne, ne. Oh, hab gut geballert, oder? Oh ja. Ja, mit den anderen Dingen wäre es noch schlimmer gewesen. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe hier vorne Platz, ne. Die haben keine Jacken an und so. Deswegen macht ihr entspannt. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ich war schon was gemeint. Oh, wie schön das ist. Ich war noch nie hier. Das ist so spannend. Wissen wir, das muss man ansehen und das nicht mal festhalten. Das sieht so ungewöhnlich aus. Ja, das ist so cool. Ja, das ist so cool. Ja, aber wenn wir mal noch ein bisschen reden. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist so cool. Ja, es ist so cool. Ja, das ist so cool. Aber family war doch noch ein bisschen reden. Ich weiß nicht, wenn ich mal anziehen. Ja, okay. So, wir krachen genau hier an den Stangen rein, Alter. Oh, wie schön, ja. Englischer, ne, Englischer, ne, Pasinger Garten. Pasinger Garten ist gut. Du hättest Seifenblasen noch kaufen müssen. Da hätten wir dich verteilen können. Weißt du, was ich meine? Ja, so, wo du so hoch hättest. So, ich hättest Bock. Das weiß ich nicht mehr. Greffelding, glaube ich, da sind wir jetzt schon. Greffelfingen, Greffelfingen, oder wie das heißt. Ja. 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 Die DUMM, Alter, schön. Die DUMMMs. Aber es sind die ersten, die sie sich auflegen, so, weißt? Ich weiß. Schöne Guckung So jetzt die Fragen nur wo lang und müssen Ach hier steht die Neubeschläge Das ist voll süß diese Wege Rechts gell Stand da rechts Mal reden ey Datteli und Fotzen rein Datteli Guck mal reden Guck mal reden Oh Hahaha Keine Flaster-Schein-Probleme Ja Keine Flaster-Schein-Probleme Ey Das war der schlimmste Lied überhaupt Habe ich auch gerade gedacht Habe ich auch gerade gedacht Wenn du hier jetzt gerade rum fährst Denkst du gucken kannst du in Munich Alter 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 halt wohl so Gell? Voll Ja Voll 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 Übel Mistviecher Mistviecher Hahahaha Baby Hahahaha 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 Na meinen開ул Hörbe dich aber auch Autos hier dann Uffohi sehen das auch nicht Obwohl es nicht mal so schwer ist Im pictureen ist es geil ne Ist das hier eine Straße oder eine richtige Fahrradstrafe? Nach links, gell? Ja, das hier ist eine richtige Street. Linke Seite, Schulterplatte, links. Ja, bis runter? Ja. Oh ja, das ist so krank. Danke, baby. So schlimm da. Jetzt wagen wir schon, oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, stimmt. Jo, stimmt. Jetzt wagen wir schon mal. Hier ist es schön, gell? Schön. So viele Dodgers. Dodgers. Wir dürfen ja hier bis zu 30 sogar fahren. Wir dürfen sogar 30 hier fahren. Ich denke, es sind ein paar Paar fahren alle nach Scharndon. Schon, oder? Aber der konnte auch bei uns anschließend schattigen. Na ja, gehen wir nicht. Ja. Hast du einen Rückspiegel her? Oder bist du nur einen Rückspiegel? Ja. Ja. Der Buskel, ja. Der Buskel, ja. Der Buskel. Das gerade. Oder mach ich jetzt die Builder. Also, der Buskel hat. Bevor wir uns zu weit fahren. Aber jetzt ist es Sanzo. Ja, Mrs. Steinberg. Ja? Ja, Mrs. Steinberg. Alle müssen zusammenbleiben. Gerade oder nach links können wir. Tschüss. Wir wissen dann, irgendwann wo wir nachdenken. Also da hat auch der Stich. Ich weiß nicht, ob man auch Steinberg macht. Aber ich glaube nicht mehr, dass sie sehen würden. Gell? Ja. 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 Mit den Fahrrad-Tingeln. Ja. Ich glaube, hier ist es so typisch dieses Jahr, habt Arme oder habt keine Ahnung. Ja. 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 Ja, das ist so. Ja. Ich muss meine Bremsen nochmal einschneiden, sobald wir angekommen sind, weil so lange, wenn es schleift, ist es nicht gut. Beschilderung meint, es ist so dumm, das ist noch kein Name, die Baby. Nee, nee, ich habe Paaresweg. Ja, aber hier kannst du nicht mal rausstehen, die zeigt da ihr an. Ich meine, wenn da ein Waldweg ist, können wir auf jeden Fall nochmal rein, so ist es nicht. Aber hier zeigt ja die ganze Zeit links, dass wir jetzt noch mehr nach links gehen. Ich weiß nicht, ob da so eine Nebensstraße ist. Nebensstraße. Aber ich habe schon Bock auf die Straße da. Nicht, dass mein Bike hier auseinander fällt. Soll ich mal rein fahren da? Soll ich mal rein fahren? Soll ich mal rein da? Das Weg, ne? Ja, ich hätte Lust drauf sehen wollen. Ich bin mal rein. Aber wir gehen jetzt mal nach unten an. Du hast noch mal ein paar Jahre im Norden. En das ist ja jemand, dass du nicht mehr auf okay, was ist noch nie in der Anion jeden Tag. Und dann ist das noch zwei Jahre im Norden. Wir sind ja auch mal auf der Sitzung des Kamikiers. Oh der hat auch noch vertreten Oh Haare Was soll der da machen? Wir fassen Schweine auf dem Bein wir sind in Fluss Es geht so, nicht gut Entschicht Ich bin ja jetzt einige Er ist ja Ich bin ja nicht Ich bin ja Ich bin ja nicht Ich bin ja nicht Es ist ein sehr gut Ich bin ja nicht Ich bin ja nicht Musik 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 Das ist nicht richtig. Ja. Hahaha. Das ist aber auch nicht okay. Ja, er schaltet sie an und kocht ihr Puh. Das ist so eine Schlappstrappe, Baby. Warum? Warum? Leider. Wie wir. Ja. Scheiße, dass man keinen Fahrrad aussuchen kann. Das ist so dumm, ey. Ich auch. Lass mal abbrechen. Ist ja eigentlich noch eine Stunde, aber... Spann drüber. Es ist so, dass sie auf der Campingplatz auf dem Weg. In der Mitte. Guck mal, das sieht aus wie Wand, Alter. Ein Campingplatz. Oh. Krefel... Nee, Gauthing. Ey, da ist ein Weg. Sag mal. Ja. Ja. Wollen wir den reinmachen? Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, aber da. Hat jemand da drauf gemacht? Ja. Wollen wir kurz eine Hauwaka machen? Wurde anhalten und was trinken und ich gegen die Bremse gucke. Okay. Nee. Hör dich jetzt? Baby. Oh, ein riesen Mercedes-Benz. Ja. Ja. Ja, ist ja ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab in Italien dann mega besser. Ich glaubst, aber glaubst. Hier haben wir uns zu sehen, wenn wir dann die Fahrräder sind. Ja. Ja. Illegalisiert. Oh, ich hab auch einen Kropfen anbekommen. Oh, ich hab auch einen Kropfen anbekommen. Scheiße. Bitte nicht. Jetzt. Ich denkst du, das ist nur so ein Mini-Camp. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Na ja, wir können mal gucken. Ja. Hier, da hinten liegt Platz. Ja. Ich bin ja. Ey, ich sagt ja, ne? Ja. 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 Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen der Wettbewerb. Oh mein Gott, das ist so ein Mann. Hier geht es auch. Ja, das ist ein bisschen der Wettbewerb. Okay. Wo steht? Auch cool. Sind jetzt auch wieder anstreckt. Alter, das ist ja... Das ist ja eine Falle, Escape Room. Haben wir irgendwas vergessen da an unserem Fahrrad? Müssen wir jetzt nochmal zurück. Kannst du zurück laufen? Wie jetzt? Links, ne? Wie geil die Leute da waren. Wir haben alles. Wir haben alles auf Schiffen, ne? Alter, wie geil die Leute da waren. Wir haben alles auf Schiffen, ne? Also, nach Starnberg geht's jetzt nach Legens. Nach Legens? Nach Legens. Mit den Leuten hier. Nach Legens. Waterflug, baby. Nee, da musst du nicht fahren. Sorry. Ja. Das war's in der Fall. Ich glaube, ich hab's jetzt mal nach 0 da. Ab deswegen kommt's nichts weh. Ich hab gedacht, wie schwer ist das? Mal oben. Na, ne, Schatz? Ja, wo du gesagt hast, es geht gerade. Da müssen wir gehen. Bist du oben? Da gab es einen, der geradeaus durchgeführt hat und das war das, was du gesagt hast. Das war das, was du gesagt hast, es geht geradeausch. Links, ja. Ihr hattet ein Recht, Frau Sturm. Tausendmal hast du Recht gehabt. Wo die ganzen Fahrradfahrer sind, Baby. Hier geht es irgendwo, oder? Ja. 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 Also fahren wir jetzt hier rein. Hier ist Boxenstoff, glaube ich. Herrlich, war da noch zu links. Wo war das? Da links? Ja. Ja. P 50,000. Halt das! Ja. Okay du bist. Oder? Ja. I'll go. So, ein Überholvorgang mit der Abbrechstelle. Ne, ich war nicht hier rein. Ja, stimmt! Oida, geil! Oida, oder? Der kleine Baby! Oida! Oida! Das ist jetzt ein schöner Weg hier Baby. Weil jetzt wirds wieder... Ja, jetzt wirds wieder wieder Dinger, wie heißts nochmal? Ja, und Fahrradtisch. Boah! Sollen wir reinfahren? Sextuelle Belästigung. Irgendwie, Alter, so Mädchen, mal ein bisschen was da hinten drauf, oder? Ey, das ist sexuelle Belästigung. Sollen wir mal ein bisschen was da hinten drauf? Ah ja. Hast du dich reingemacht? Boah, Basketball! Jesus! Lass dich mal reinwerfen! Sollen wir mal rein? Nein! Nein! Ohne das weiß ich nicht! Hey, bitte! Was ist denn hier vorne? Nein! Nein! Boah! Wir sind sehr dünnlich! Wir sind sehr dünnlich! Boah, das ist so Heidi-like! Guck mal! Ja! Gell? Ja! Ja! Einer, wir sind... Wir sind eine richtig andere Welt hier, Baby! Ja! Ja! Du wollte sagen, aber, ey! Los weiß ich nicht! Ja, ja! 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 Was初 bin ich? Ja... Ja! Stimmt. Boah, wie schön ausschaut. Baby. Kann sein, dass wir keinen Park mehr zurück haben. Müssen wir schieben. Dumm schieben, Baby. Ein Halbe und eine Halbe. So, ich habe bestanden, eine Halbe. Hör doch mal zu sehen. So ein Weg bin ich gefahren. So ein Weg bin ich gefahren. Aber ohne richtig Weg. Wo ich hier in Rosenheim war. Wo so Kiesel und so. Und das ist so ein offizieller Weg. Nur Kiesel. Da wusste ich ohne richtig. 20 Uhr, 21 Uhr, wo ein Stopp. Und wo war, muss ich nach Hause. Und das ist so ein offizieller Weg. Mit dem Rennrad, ja. Aber ich habe jetzt so eingeschüßt. Das ist aus mir gar nicht. Soll wir anhalten? Ja. Wo ist das denn noch eigentlich hier? Oh oh. Anscheinend, ja. Weil da oben ist Offroad. Alter Wallach. Da ist Ultimate Offroad. Was überholt war Pugen nicht. Haha. Das war ja genau so dumm, Alter. Das war ja genau so dumm, Alter. Juhu. 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 Krass, aber dann bin ich ja glücklich, dass ich einen Mountainbike habe, Baby. Weil ohne Mountie, wenn du hier ein Rennrad hast, ist ja eine Arsch-Arsch-Karte. Keine Filterung, dünne Reifen. Ja, definitiv, Baby. Definitiv. Danke. Zum Begucken, Alter. Boah, wie cool der Weg ist. Leute, ich hoffe, ihr seht den Weg. Er ist echt krank. Ich weiß, aber ein bisschen eher schneller. Verstehe ich. Verstehe ich halt. Ja, das ist echt so. Ja, ja. Und so richtig Braindadde. Die einfach immer nur so, wie ich hier mal gucke. Aber nur noch richtig dadde, Alter. Statt zu reagieren, weißt du? Ja. 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 Oder du es neue Freunde hast, dann schaust du es schon. Das meint der Eric mit in der Würm am langen Bilding. Ja, ja, das ist die Würm die ganze Zeit. Ab hier fängt glaube ich das mit dem Standwerk an, mit der Kälte fängt. Und dann bist du nur noch an der Würm-Soft, ja. Das meint der Ernst, ja. Das müssen wir auch immer nochmal wiederholen mit Eric. Mit Dino. 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 Ja, das ist ja wirklich gut, aber das macht man zu. Ja, das ist ja wirklich ein paar Jahre. Okay. Wir müssen dann vorne nach links, sonst kommen wir nicht mehr zum Standwerk. Ja. Ich weiß es nicht, hier steht nach links, aber dauert noch dabei gar nicht. Das wäre cool. Vielleicht stellt er sich auf unser Gepäckfeger. Ja. Ja. Kommt nicht mit. Entschuldigung. Das ist scheiße. Also wenn wir da an die Gepäckfeger befinden können. Wo ist die Gepäckfeger? Wenn du gleich hier mal merkst. Das ist ja wirklich curiosités. Das ist ja. Das ist ja wirklich dann. Und das ist ja so. Ichseh das. Ja. mehr kriegen wir nicht hin leider, es ist zu steil Junge, alles gut das Ding hat er uns rausgelotzt da gehts hoch, oder? nein, normal, ich weiß, dass er nicht so gut war ist ja etwas runtergefallen bei uns ich schwöre, Alter die kriegen das nicht gebacken, Alter, die überlegen noch nach und kriegen es nicht gebacken weil die da noch so träumen übel wunderbar ist die da raus, oder ist das die gleiche? von... sicher der hat schon ruhig gehabt den Weg, die er raus hat ja ja ja, das ist schon ein bisschen hart danke schön wir sollen hier nach rechts laufen nach Wien gehen wir nach rechts? ja das ist die Straße das heißt, er wird uns bestimmt wieder drauf führen, Baby ja ja ja, er wird uns jetzt auch führen damit wir auch wieder weg von der Straße sind ja 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 das stimmt dann das stimmt dann vor allem, den meisten haben wir nicht, dass wir nicht beiben nee nee erst die ganze Gesundheit, dann beiben ja 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 dann war ich jetzt direkt, oder? ja bist du von? bist du von? ja 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 gut, dass ich hier scheißdingen sage dreckschuhe danke ja das war schon hart für offroad okay ja 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 ich meine das ist schon cool halt für super 73s finde das also schon geiler Weg auf jeden Fall ja aber halt ohne wollte ich gerade sagen ohne ja 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 was denn? wir sind auch Fahrradfahrer, gell? ja 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 wir müssen so oder so ja ja wir müssen die Alarm ja 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 war echt cool aber ja ja so ja 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 Ich bin dunkel. Ich wollte ja irgendwas abziehen. Ne, gell? Ja, das ist sick gewesen, Baby. Ja, ja. Was will doch der Nyan machen die ganze Zeit? Ja. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ja, ja. Und ich will... Ne, ich will einfach viel entspannter fahren. Du hast ja auch mal den Stress, wenn du weglaust. Ja, ja. Ja, ja. Kann keiner kosten mehr. So, noch viel mehr entspannter. Ja, ja. Jetzt ist ein paar Lerner von Schott und Ruhm. Und er macht sich jetzt ein bisschen stark. Lohnt. Der ist nicht so mit dem Mountainbike-Shaggy wie wir gefahren sind. Fehl. So, fahren wir da rein. Aber mein Hund hat sich auch gerne mit dem Bike, ne? Ganz viel zu gehen. So schnell ist ein kleines Bike-Baby. So schnell ist ein kleines Bike-Baby. Hackstück im Bike-Baby. Ne, ne, hier kann man taupen! Ne, ne, hier kann man taupen! Ne, ja da drauf steht! Das ist ein kleines Bier-Ding. Ja, Alter, klasse. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020